Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Bei den NDR? Pommes, Big Beast, Getränk? Hört sich für mich genau noch mal hören. Hör mir jetzt genau zu. Wenn ich mich da jetzt nicht gleich melde, dann kann ich für deine Tochter nichts mehr tun. Ist das verstanden worden? Auch wenn du das nicht hören magst, Frank, aber wir sind alle nur kleine Zahnräder im großen Spiel der Maschine. Bei dir alles okay? Ja, ja, klar. Hi, hier ist Frank. Was auch immer da heute passieren. Wer glaubt das nicht? Liebster ist eine kleine Zahnräder. Die Zahnräder muss man nachher schreit. Die Zahnräder ist nicht mehr so gut. Aber das ist immer so gut. Vielen Dank.